Die Bundesliga-Saison 2022-2023 ist beendet und daher gilt es jetzt auch für mich, mein Team of the Season euch zu präsentieren. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit meinem Torhüter und da wird es direkt wahrscheinlich so mit am kontroversesten, was mein Team of the Season angeht. Denn ich habe mich für Gregor Kobel entschieden, statt Renault, der es natürlich auch verdient hätte. Renault hat ganz klar die meisten erwarteten Tore verhindert. Dennoch ist es für mich Kobel, da werden mich jetzt viele flamen, weil ich habe das schon oft gehört, wie kann man nur Kobel voten. Ja, ich habe überlegt, ob ich es ändere, aber ich bleibe jetzt einfach bei meiner Meinung, denn Kobel hat für mich einfach im 1 gegen 1 so viel rausgeholt. War einer der Gründe, warum der BVB um die Meisterschaft mitspielen konnte. Und bei Renault ist es natürlich eine ganz andere Spielweise von seinem Team. Der kriegt meist nur schlechtere Schüsse auf sein Tor, aufgrund dessen, dass Union eben so tief verteidigt. Und Kobel für mich einfach im Gesamtpaket besser gewesen, meiner Meinung nach. Rechtsverteidiger ist bei mir trotz guter Konkurrenz recht klar Jeremy Frimpong von Bayern 04 Leverkusen. Mit 8 Toren und 7 Vorlagen einfach offensiv extrem steig, war auch defensiv jetzt keine krasse Schwachstelle. Und was bei mir für Frimpong spricht, ist, dass er eben auch in der schlechten Phase von Bayern 04 Leverkusen performt hat, als auch in der guten Phase dann später unter Xabi Alonso. Deshalb für mich Frimpong. Gibt auch ein paar Honorable Mentions, vor allem mit Mitchell Weißer, der bei Bremen extrem steig war, aber halt defensiv eine kleine Schwachstelle war. Rechter Innenverteidiger in meiner Viererkette ist für mich persönlich Matthias Ginter, der einfach wirklich ein genialer Transfer war, ablösefrei zu Freiburg. Hat die Defensive da einfach nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Und das trotz dessen, dass man eben einen Nico Schlotterbeck abgegeben hat. Beim linken Innenverteidiger habe ich so ein bisschen getrickst und habe nämlich Banchema Pavard genommen. Vielleicht habt ihr euch vorhin gewundert, dass ich ihn nicht wenigstens erwähnt habe bei den Rechtsverteidigern. Nun kommt er also in der Innenverteidigung. Hat meistens RV gespielt, oft auch rechter Innenverteidiger. Ich habe ihn jetzt mal links in die Innenverteidigung gepackt, weil auch er einfach wirklich eine starke Saison gespielt hat. Hat ebenfalls wie Ginder vier Tore und eine Vorlage vorzuweisen, aber war eben auch defensiv recht stabil. Dennoch sollte man auch noch andere Innenverteidiger erwähnen. Zum Beispiel Upamecano, der in der Liga trotz der Fehler in der Champions League echt gut war. Auch ein Duki von Union, der extrem torgefährlich ist. Oder ein Orban von Leipzig für die rechte Seite. Aber auf der linken könnte man auch einen Delirt von Bayern nennen. Schlotterbeck mit vier Toren und fünf Vorlagen muss man allein aufgrund der Score hier auch nennen. Aber auch defensiv war er trotz mancher Fehler gut. Und unter dem Radar war auch ein Chabot von Köln extrem stabil. Wurde mit der Zeit immer stärker, wie ich finde. Der Linksverteidiger ist für mich die eindeutigste Wahl. Und zwar habe ich da Rafael Guerrero und da habe ich auch keine wirklichen Alternativen gesehen. Guerrero mit zwölf Vorlagen, der beste Vorlagengeber der Liga. Aber auch ansonsten war sein kreatives Output offensiv extrem stark. Sei es als Linksverteidiger gewesen oder dann später auch mal häufiger auf der Acht im Mittelfeld. Und deshalb Guerrero mein Linksverteidiger. Auf der Sechs ist es für mich trotz allem Kimmich. Auch wenn er einige Schwächephasen mal drinnen hatte, war er dann doch der Grund, der Bayern immer wieder mal am Leben gelassen hat. Also wenn es eng wurde, dann war es eben Kimmich, der den Chip hinter die Kette spielt und somit eben die Vorlage für die entscheidenden Tore gegeben hat. Und deshalb für mich Kimmich, auch wenn er kein wirklicher Sechser ist und besser auf der Acht wäre, hier auf der Sechs, wenngleich er sowohl mit Schgiri von Köln als auch mit Emre Can gute Alternativen hätte. Also ich spiele hier in einer Art 4-3-3 bzw. 4-2-3-1, also halt mit einem Sechser, mit einem Achter und mit einem Zehner, dass halt einfach alle Positionsgruppen vorhanden sind. Und mein Achter ist ein Call, den nicht viele so haben werden. Aber ich habe mich entschieden für Kevin Stöger vom VfL Bochum. Für mich der beste und wichtigste Spieler von Bochum und mit einer der Gründe, warum sie letztendlich die Klasse gehalten haben. Seine Scorer sind vielleicht nicht ganz so stark, dass man das hier rechtfertigen könnte. Zum Beispiel ist ein Förster von Bochum mit 7 Vorlagen viel besser als Stöger mit 3 Vorlagen. Aber wenn man unter die underlying numbers schaut, also ja die erwarteten Vorlagen, so hat Stöger da einen Wert von 7,75. Also müsste er eigentlich viel mehr Vorlagen haben, wenn seine Mitspieler seine Vorlagen besser verwertet hätten. Und für mich einfach der Hauptgrund, dass Bochum sich Chancen kreieren konnte offensiv und deshalb für mich Stöger hier drin. Auch seine Alternativen sind ein bisschen unscheinbar. So habe ich da einen Barrero von Mainz, einen Swanback von Wolfsburg, aber auch einen Matcher von Wolfsburg. Jetzt mal unabhängig von seiner Einstellung neben dem Platz, war er einfach auf dem Platz extrem stark. Und Bellingham muss man natürlich zumindest erwähnen, aber mir persönlich hat es nicht gereicht. Da fand ich seine Defensivarbeit teilweise unzureichend. Auch Mainziener hat mit 6 Toren und 8 Vorlagen für RB Leipzig vielleicht nicht ganz die Zahlen, die man für einen Team of the Season erwartet. Dennoch hat Dominik Soberschleig großartige 14 Großchancen herausgespielt und war jetzt abseits von den Scorern ein extrem wichtiger Bestandteil der Leipziger Mannschaft, die letztendlich noch die Champions League Teilnahme sichern konnte. Und deshalb Mainziener. Auch wenn man da andere Optionen hatte mit einem Jamal Musiala, der an sich bessere Scorer hat. Aber ich fand seine Schwächephase dann doch ein bisschen zu lang und zu schwach, als dass ich ihn hier reinnehmen wollte, also zu unkonstant letztendlich. Auch wenn er natürlich das entscheidende Tor last minute gemacht hat. Zudem möchte ich Jae Sung Lee von Mainz erwähnen, als auch Christoph Baumgartner, der mit 5 herausgeholten Elfmeter die Statistik anführt und auch ansonsten 10 Scorer vorweisen konnte. Und für mich persönlich der beste Hoffenheim-Spieler war, ohne den sie vielleicht eher abgestiegen wären. Mein rechter Flügel ist ein Spieler aus einem Team, das nicht wirklich gut performt hat, nämlich Jonas Hofmann von Gladbach, der persönlich aber eine herausragende Saison gespielt hat, mit 12 Toren und 9 Vorlagen. Zudem haben seine Mitspieler auch viele Chancen liegen gelassen und mit 3,2 wichtigen Pässen pro Spiel führt er diese Statistik hoch überlegen an. Und ja, deshalb einfach für mich drin, auch wenn seine Mannschaft jetzt nicht so performt hat, aber für Hofmann war das definitiv seine beste Saison bislang. Auch Patrick Wimmer hat eine gute Saison gespielt, aber ja, jetzt nur so, dass man ihn erwähnen müsste, mehr jetzt nicht. Trotz guter Konkurrenz auf dem linken Flügel, musste ich da einen Stürmer hinpacken mit Randall Kolomouani, der mit 26 Torbeteiligungen diese Statistik ganz klar anführt. Vor allem muss Yala mit nur 22 Torbeteiligungen und deshalb Kolomouani musste für mich rein. Und aufgrund eines anderen Stürmers musste ich seine Position ändern. Nichtsdestotrotz muss ich hier einen Krivo erwähnen, der 15 Tore hat und auch einige Vorlagen. Auch einen Bülter, der meiner Meinung nach Schalke allein am Leben gehalten hat, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Und auch einen Florian Kainz muss man erwähnen, der für Köln einfach eine Menge Kreativität ausgestrahlt hat und auch auf den Platz gebracht hat und extrem wichtig war für deren Saison. Im Sturmzentrum muss ich sagen, dass es da die meisten Spieler gibt, die sich wirklich einen Platz darin verdient hätten. Ich habe mich letztendlich für den Torschützenkönig Niklas Füllkrug entschieden, mit 16 Toren und 5 Vorlagen einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass Bremen so eine solide Saison gespielt hat und meiner Meinung nach hat er sich verdient hier rein. Nichtsdestotrotz hätte sich natürlich auch der andere Torschützenkönig Nkunku verdient, aber das war mir am Ende dann ein bisschen zu wenig, auch aufgrund von Verletzungen, kann er natürlich nichts dafür. Ebenfalls muss man Allaire erwähnen, der meiner Meinung nach der einzige Grund war, mit Kobel vielleicht, warum der BVB überhaupt noch um die Meisterschaft spielen konnte, denn seit er da war, waren sie extrem viel besser. Er hat mehr Gegenspieler gebunden und somit eben die Räume kreiert, sowohl für Brandt als auch für Mahlen und Adeyemi, die aufgrund Allaire dann eben eine herausragende Rückrunde gespielt haben, aber aufgrund ihrer Vorrunde eben hier nicht erwähnt wurden. Aber auch Füllkrugs Sturmpartner Dux hat sich letztendlich extrem gut gemacht, mit 12 Toren und 6 Vorlagen. Während man hier aber auch einen Geraldo Becker erwähnen muss, mit 11 Toren und 7 Vorlagen, der wichtigste Offensivspieler von Union Berlin, die ja letztendlich Vierter wurden. Letztendlich habe ich eben zweimal einen Bayern-Spieler und zweimal einen Dortmund-Spieler. Von den Top 7 Vereinen habe ich jeweils einen Spieler, außer von Union. Und da muss ich jetzt nochmal drauf eingehen, denn da war es wirklich schwierig. Es gab zwar ein paar Erwähnungen hier, aber sie kommen halt vor allem über das Kollektiv. Und deswegen möchte ich sie hier nochmal für die Saison loben, auch wenn letztendlich keiner in der Elf dabei war. Und vielleicht machen wir es einfach so, dass ich jetzt noch den Trainer der Saison mache. Und das ist für mich eben ganz klar Urs Fischer, der eben diese Mannschaft, wo jetzt keiner besonders heraussticht, außer vielleicht Renault, in die Champions League geführt hat. Und deshalb mein Trainer der Saison, Urs Fischer, der da einfach extrem viel herausgeholt hat. Das ist also soweit mein Team der Saison. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir gerne euer Team der Saison aus der Bundesliga in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!